Orte des Vergnügens verborgen in Beton, die allerhöchsten Dachterrassen und Clubs versteckt im Untergrund, das Kurzfilmfestival tief in der Nacht, die Galerien, die Künstler, Tänzer und Sänger, wo auch immer ihr euch versteckt. Ich finde euch sowieso. Der neue CLA Shooting Break mit Mercedes Connect Me. Mercedes-Benz, das Beste oder Nichts. Die Künstler, das Beste oder Nichts.